Dadurch, dass ich vier Kinder habe, kommt halt leider die Zeit, die ich jetzt mit jedem Kind einzeln verbringen kann, meistens zu kurz. Und dass man wirklich so mit einer erwachsenen Person, und die kann einfach komplett auf das Kind eingehen, das finde ich eine sehr gute Idee. Ich bin die Conny, ich habe vier Burschen zu Hause und ich bin Teil vom Family Mentoring Programm. Ich bin die Claudia und dank der Generali bin ich Botschafterin bei The Human Safety Net und Mentorin bei Big Brothers Big Sister. The Human Safety Net in Österreich kooperiert mit Big Brothers Big Sister. Sie suchen die Mentorinnen und Mentoren aus, die bereit sind, mit den Kindern zu spielen und ihnen glückliche Momente zu schenken. Der Benni ist ein Kind, der gerne spricht. Also er spricht sehr viel und er fragt auch sehr viel und Geschichten mag er sehr gerne. Wenn Benni und ich, wenn wir uns treffen, dann entsteht ein magischer Moment und er redet sehr viel. Ich frage ihm sehr viel und ich höre auch sehr gerne zu. Und er fragt auch, wie viele Tage fehlen, bis wir uns wieder treffen. Und da ist die Vorfreude, weil ich sage ihm immer, wie viele Tage fehlen. Ja, das ist einfach schön. Also ich mag die Claudia sehr gerne. Sie ist mir wirklich sehr sympathisch. Sie ist sehr bemüht, einfach mit ihm eine schöne Zeit zu verbringen. Und sie kümmert sich einfach sehr lieb. Das habe ich eben auch in den Treffen mit ihr zusammen gemerkt. Ich lege sehr viel Wert auf Kultur. Dann sind wir zum Beispiel einmal im Haus des Meeres, einmal im Kunsthistorischen Museum, einmal im Haus der Musik, einmal im Technischen Museum. Und jedes Mal machen wir verschiedene Foto, so dass wir auch die Conny, die Mama von Benni, einbinden können. Und sie ist ein bisschen live dabei. Und das macht viel Spaß. Es ist wirklich eine Entdeckungsreise wert. Und er erzählt mir dann immer ganz begeistert, was er halt mit ihr unternommen hat und was er alles gelernt hat. Und das ist halt dann schön zu hören.